Frank, Frank, sag mal, wo bist du denn? Ich bin draußen, Zappel. Was machst du denn draußen? Ich zeig's dir, komm mal raus. Hä? Warum guckst du denn in den Himmel? Ja, Zappel, dann hör mal jetzt gut zu. Ein Blick nach oben lohnt sich, da gibt es viel zu sehen. Nicht nur den Mond, die Planeten und Sterne in Massen. Vor allem jetzt, zur Weihnachtszeit, ein seltenes Phänomen. Doch du brauchst Glück, denn es ist sehr leicht zu verpassen. Sieh mal in den Himmel, da fliegt doch was entlang. Mit Glöckchen und Gewimmel, das ist der Weihnachtsmann. Schau mal in die Lüfte, da fliegt doch was entlang. Mit ner rot-weißen Mütze, das ist der Weihnachtsmann. Sein Schlitten ist randvoll beladen, vielleicht tausend Tonnen schwer. Dass er fliegen kann, ist wirklich kaum zu glauben. Und ich weiß, er macht das gerne, ja, er liebt seinen Job schon sehr. Denn sein größter Lohn ist das Glück in deinen Augen. Schau mal in den Himmel, da fliegt doch was entlang. Mit Glöckchen und Gewimmel, das ist der Weihnachtsmann. Schau mal in die Lüfte, da fliegt doch was entlang. Mit ner rot-weißen Mütze, das ist der Weihnachtsmann. Du Zappel, du bist ja immer noch draußen. Komm doch mal rein, das ist schon dunkel, das wird kalt. Nö, ich bleib jetzt hier so lange stehen, bis ich den Weihnachtsmann sehe. Oh, 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 Herr Oben, ich glaub, das ist der Weihnachtsmann, oder? Sieh mal in den Himmel, da fliegt doch was entlang. Mit Glöckchen und Gewimmel, das ist der Weihnachtsmann. Schau mal in die Lüfte, da fliegt doch was entlang. Mit ner rot-weißen Mütze, das ist der Weihnachtsmann. Mit Glöckchen und Gewimmel, das ist der Weihnachtsmann.